Die Startseite hat ein innovatives und intelligentes Design. Sie bekommen auf einen Blick alle nötigen Informationen, um mit einer Session zu beginnen. Als erstes erhalten Sie eine Übersicht über Ihre aktuellen sowie Ihre letzten Aktivitäten. Links sehen Sie die Recent Files List, die bis zu 20 Ihre zuletzt geöffneten Songs enthält. Sie können die angezeigten Songs oder Projekte durch einfaches Anklicken direkt starten. In der Mitte befindet sich die Artist Profile Section. Hier können Sie Ihren Künstlernamen, Ihren Musikstil, Webseiteninfos sowie Ihr Foto einfügen. Direkt unterhalb der Artist Profile Section befindet sich die Setup Section. Hier findet sich neben Informationen über den Status Ihres Audiointerfaces auch ein Link zur Konfiguration Ihres Audiointerfaces sowie alle externen Geräte wie beispielsweise Controller-Keyboards. Auch Software-Updates werden hier automatisch verwaltet. Auf der rechten Seite finden Sie das wahrscheinlich außergewöhnlichste Feature der Startpage. Ein Newsfeed direkt von Presonus. So können Updates und Support-Material direkt von der Startpage aus heruntergeladen werden, ohne Studio One zu verlassen. Weiterhin befinden sich auf der rechten Seite in der Demos & Tutorials Section Lehrvideos von insgesamt einer Stunde Länge. Um einen neuen Song oder ein neues Projekt zu starten oder um ältere Sessions zu laden, klicken Sie auf den oberen Balken der Startpage. Einfach, schnell und sauber.